Wer bist du und welche Rolle du bist? Ich bin Felix oder auch Sheriff Forbes genannt. Ich bin 19 Jahre alt, komme von Deutschland und bin einer der Teammanager für das Main Team, der Andrew Biffles. Mein Name ist Mo, better known as Pace. Ich bin der Duelist der Team und bin 19 Jahre alt. Ich bin Justin, auch bekannt als Zeus und bin ein Main Initiator Fan. Mein Name ist Lars, aka Brazy. Ich bin 20 Jahre alt und ich bin aus den Netherlands und ich spiele ein Flex-Roll. Ich bin Viktor Romanov. Ich komme aus Deutschland. Ich bin Viktor Romanov. Ich bin Viktor. Ich bin Viktor, heiße in Game Young One. Ich komme aus Deutschland und bin der AGL. Mein Name ist Kevin. Ich bin Teammanager bei den Andrew Griffins im Velerin Bereich. Außerdem unterstütze ich die Jungs auch bei Analysen und anderem und werde auch hinter denen stehen am Morgen später. Leute, wenn ihr gute Tipps und Tricks möchtet, dann müsst ihr kleine Tricks von Hannah Montana leiden. Das ist der perfekte Buch für eure IGL-ing. Mein Name ist James, oder Cannafist, und ich spiele The Sentinel für Unicorns of Love. Mein Name ist Philipp. Ich bin auch genannt Freelower. Und ich spiele Controller Smoker. Mein Name ist Nico. In-Game auch Nico. Und ich spiele Initiator. Mein Name ist Leo. Ich bin der In-Game-Leader und Initiator für Unicorns of Love. Mein Name ist Lucid. A.k.a. Javid Bro. Achso. Javid Lucid. Oder Kenny. Nee Kenny, aber Inge Lucid. Ich bin Duelist. Ja. Was erwartet ihr von den Fans? Whoever wants to tell something. Grazie Younger. Ich hoffe, wir gewinnen das Finale und nehmen die Punkte dann einfach mit. Ich denke, wir werden es sehr gut machen. Es ist unser erstes Land zusammen. Aber es ist ein Land, also alles kann passieren. Sie sind vorbereitet, aber wir sind auch vorbereitet, also alles kann passieren. Und ich hoffe für ein gutes Spiel. Ich glaube, es wird ein spannendes Match. Beide Teams sind sehr stark in diesem Affären-Split. Wir können nur für's Beste hoffen. Ich denke, es wird ein einfacher 3-0 sein. Auch wenn man immer gewinnt wird. Es wird nicht sogar eine Herausforderung sein. Es ist einfacher für uns. Ich denke, es wird jetzt ein ausgewichenes Match sein. Aber am Ende werden wir es für uns entscheiden können. Ich denke auch. Also da wird es definitiv ein Kampf geben, wer das morgen gewinnt. Und ganz egal, wer das letztlich gewinnt. Ich glaube, dass hauptsächlich das, was wir jetzt hier schon haben, nämlich Spaß ohne Ende, ist der Fokus. Und genau das kriegen wir sowieso hin. Meine persönliche Predigung ist, ich denke, es wird 3-1, 3-0 für uns. Aber das ist meine Predigung für die Finale morgen. 3-0. Ich erwarte nichts mehr gegen ein paar freie Spieler. Ja, Herr. Ja, ich auch. Ich expect auch. 1-3-0. Für uns. Ja. Go Giffins, go! Für uns Unicorns! Ja, das ist ganz nice. Awesome. Voll voll. Ja, gut schauen. Gradiversität. Und wir werden in der nächsten Mal wieder im Land von Radioversation mit einem Radioversation…